Die nächste Map ist von Port Vaga. Der Traum zum Erfolg nennt er sie. Und wir gucken mal, was jetzt hier so abgeht. Oh. Ah, Spawnpunkt gesetzt. Story und Regelwerk. Vorsicht, erste Kiste, Abenteuer starten. Schon mal gut, er arbeitet mit den Blöcken. Regelwerk. Keine Blöcke abbauen, Zeit wird automatisch eingestellt. Ebenso der Schwierigkeitsgrad. Die Gedankenknöpfe enthalten Tipps. Es ist eine Zeit, bevor Steve die Minecraft-Welt betrat. Das Land lebt größtenteils in Armut und viele arbeiten in schwer in dunklen Minen. Und viele arbeiten schwer in dunklen Minen, so auch du. Du träumst aber schon seit deiner Geburt davon, als Rapper MCD durchzustarten, mein Gott. Du entschließt sie, schließlich zu fliehen und deine Karriere zu starten. Und da startet unsere Geschichte. Okay. Ah ja, ich bin in der Mine, genau. Aufgabe. Das ist deine Mine. Jetzt finde den Weg hier raus. Achte auch auf Abzweiger. Stirb! Die quietschen mal, wenn man die drückt. Cool. Folgen wir mal den Schienen. Oh mein Gott. Gedankenmonolog starten. In was für einem Drecksloch wir leben. Wenn ich Rapper werde, hole ich alle hier raus. Ich muss nur noch meine hippe Mütze mitnehmen. Meine hippe Mütze mitnehmen. Okay. Ach du Scheiße. Nicht von anderen stehen. Wo willst du hin? Ich muss hier raus. Ich trage das nicht mehr. Wir brauchen dich aber hier. Gut, aber... Ach verdammt. Gut, aber nimm das hier an dich. Kauf dir was Schönes. Ah, ich habe Gold bekommen. Und meine hippe Mütze habe ich jetzt auf. Yeah, what's good. Gut, hier kriege ich an Epileptischen. Dann drängt mal weiter hier. Achte auf Abzweigungen. Ich drücke dich gleich wieder. Oh mein Gott. Unterhalten. Hey, hast du gesehen? Ich habe eine Sicherheitsführe eingebaut. Leider falsch rum. Das heißt, du musst den Tresor knacken, um rauszukommen. Und nicht rein. Ups. Das ist aber echt ärgerlich. Oh, da oben ist ein Kuchen. Mh, lecker. Na, hier anscheinend auch nicht. Ach du Scheiße. Ist die Quadratswurzel von 25, 25? Ja, klar. Ist Australiens Hauptstadt Canberra? Was weiß ich? Okay. Ha, 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 ha. Okay. Was sind denn da für Fragen? Hast du für dieses Rätsel Wikipedia benutzt? Nein. Nein. Ah, ja, stimmt. Nein. Nein. Ja. Was weiß ich? Ich glaube, ich muss hier Wikipedia benutzen. Das ist aber ärgerlich. Achso, ich muss jetzt überprüfen drücken. Okay, warte. Nein. 2008. Der ist doch schon länger. Hat jedes Jahr 365 Tage? Nein. Ich glaube, ein Schalter hat eins weniger. Ne, eins mehr. Genau. Äh. Da machen wir mal ja. Da bin ich mir nicht sicher. Da aber auch nicht. Ich lasse da mal ja. Überprüfen. Oh, das war falsch. Was war denn das? Ah, okay. Ne, die Antwort ist leider falsch. Ich muss halt Wikipedia benutzen. Was ist denn, wenn ich hier ja klick? Oh, das ist doch fies, Mann. Äh. Äh. Ne. Wäre dann 25, oder? Hatte ja aber nicht 625. Oder doch? 10 mal 25. Doch, das ist klar. Also ja. Voll am Raten hier so. Das war falsch. Stimmt auch nein. Was weiß ich? Hör mal. Weißt du, wie lange dachte er es? Ich muss da echt Wikipedia benutzen. Nein. Oder vielleicht weiß er das ja gar nicht. Ist Obama. Da machen wir mal ja. Jetzt habe ich alles vercheckt. Jetzt weiß ich hier gar nichts mehr. Warte mal. Das passt. Äh. Ken Barrow. Was weiß ich. Ich kenne da nur Sydney. Dann machen wir mal ja. Also. Hm. Oh. Ich höre hier gerade einfach. Warte mal. Hm. 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 Das war falsch. Ich habe jetzt irgendeinen Kurzschluss gemacht. Oh. Verdammt. Ich renne jetzt hier durch. Ich würde ja Wikipedia benutzen. Ihr könnt ja mal die richtigen Antworten unten reinschreiben. Hey. Das war richtig. So. Survival Mode. Da sehen wir doch wieder. Das ist Müll. Bootstickets nach Hippopper Town. Hippopper Town. Ach. Hippopper Town. Ah. Okay. Popschutz aktiv. Schlüssel. Gedanken. Die Müllabfuhr hole ich glaube ich in der Burg. Die Müllabfuhr hole ich glaube ich in der Burg. Muss ich gleich mal hin. Aber was ist mit dem Schlüssel? Mal in der Mine da hinten fragen. Die Meiersenmine. Tür von innen schließen. Aufgabe. Finde den Schlüssel. Hilfe. Nach Schlüssel fragen. Der Bochers Schlüssel folgt den Diamanten. Okay. Interessant. Diamanten sind hier. Da ist ein Diamant. Da ist ein Diamant. Gut. Da hinten sind Diamanten. Cool. Hier auch. Okay ist noch ein bisschen verwirrend. Hier sind Überdiamanten. Er will mich verarschen. Da ist es doch. Der Hebel. Also demnach habe ich den Schlüssel. Kann ich hier raus? Auf und zu. Auf und zu. Ah genau. Die Müllabfuhr. Der Haus her. Ach. Da ist ein Tageslicht denn so. Ah. Okay. Gedanken. Vielleicht ist draußen etwas. Das heißt ich soll jetzt raus? Oh. Ich sollte die Bücher weglegen. Das geht mir voll auf den Sack. Was war das denn? Ich denke mal dieses Holzding da geht weg. Ne? Aber hallo? Oh ich glaube da ist was. Da gucken wir gleich mal rein. Äh. Erst mal. Oh mein Gott. Gut. Da ging jetzt hier die. Ah hier ist ein neuer Hebel. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und hier geht es runter. Lass dich nicht täuschen. Ich komme da nicht dran. Ah. Guck mal. Die Schweine immer in jeder Lücke packen die da einen Schalter rein. Aber interessant hier mit den Schalterrätseln. Das muss ich ja schon mal sagen. Jetzt aber. Ah. Guck mal. Oben schauen. Nein. Nein. Oh. Ist Ottawa die Hauptstadt Kanada? Nein. Kommst du aus Clausens Mine? Nein. Spadrock Zerstörber? Nein. Clausens? Nee. Ist das doch Ottawa? Ah. Sehr gut. Okay. Es ist Ottawa. Zeit auf Null gesetzt. Hier den Hebel drücken. Ich bin der Falsche, aber verrate es keinem. Die Müllerfuhr ist da. Tralala. Ach so. Jetzt ist dieser Block draußen weg. Okay. 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 Ich komme sofort. Schlüssel. Ähm. Zack. Ein Ticket. Goldbarren. Ui. Schon immer da. In Hiphopper Town kann ich zu Disc Inc. und eine Platte produzieren. Der Sieg ist nah. Yeah. Trennen die alle das Boot. 301. Leider war kein Zimmer mehr frei. Du hast auf das Schiff... Du bist so auf das Schiff gekommen und musst jetzt eine Schlafgelegenheit bekommen. Viel Glück. Aber erstmal muss ich die ganzen verkackten Bücher hier mal reintun. Ich weiß auch nicht, warum ich den Pilz habe. Das habe ich auch noch. und die trendig gefärmten Schuhe. Oh nein. Nicht mit mir. Ah, sehr gut. guck mal. Ich glaube, Hebel mag der Map-Ersteller. Oh, da ist noch einer. Dann lauf mal erstmal hier rum. Da ist mal nix. Alter, voll, dass wir wahr? Voll, dass wir wahr? Da ist ein Bett. Ich glaube, das ist hier so eine Art Lagerraum. Ich habe jetzt auch ein... ein Schild aufgenommen. Ärgerlich. Mit Olaf sprechen. Du siehst aber müde aus. Geh doch in mein Zimmer. Ja, wo ist sein Zimmer? Hebel? Also, wieder hoch. Zurück aber diesmal auf der anderen Seite. Lalalala. Hui. Zimmer 3. Flur. Schlüssel. Schlüssel. Schlafen. Wow. Dacht schon. Ah, Disk-Platten-Label. Ja, gehen wir erstmal rein, bevor wir alles unsicher machen. Nach getaner Arbeit legt man das Feuerzeug zurück. Äh, Werkzeug. Aufgabe. Es sind Arbeiten in der Eingangshalle. Leider fehlen noch Fliesen. Suche sie im Haus mit der Spitzhacker und ersetze sie durch die Steine. Ah, ich verstehe. Sind ja im Grunde Redstone-Blöcke. Suche sie im Haus mit der Spitzhacker und ersetze sie durch Steine. Ah, ich glaube, warte mal. Boah, jetzt sind mal krass viele. Kann das? Ich hoffe, das ist auch richtig, was ich hier mache, Mann. Ah, wird ja schon. Komm, hier, nimm die Steine. Jetzt hier nochmal vier Stück. Schon haben wir es geschafft. Aber es ist ja normal, dass wenn man bei einem Platten-Label angenommen werden möchte, muss man da erstmal die Fliesenarbeiten durchführen. Alles kein Ding. Warte mal. Hier war eins. Ich bin leer. Aber da oben ist doch was. So, hast du davon. Wollte schon sagen, voll fies, so ist das so weg. Hey! Dahinter ist noch einer, aber ich glaube, der ist von der anderen Seite zu holen. So, die beiden Räume sind dann durch. Guck mal, hier ist einer. Und da. Hat der es richtig? Ja, ich glaube nicht. Egal. Zack, zu. Nochmal hier rüber. Da geht es rund. Ach, guck mal hier. Guck mal da. Boah, wie viele Steine dann hier sind, ne? Alter, ich wechsle jetzt halt so die Dinger aus, damit man das relativ fix wechseln kann. Oh mein Gott, den hätte ich fast übersehen. Super, runtergefallen. Ich brauche mehr. Ah ja, genau. Da muss dann wahrscheinlich noch ein Hebel dran. Und wo kann ich denn hier... Ah, guck mal, da oben. Ah. Ah, ne, da war er. Vier Stück. Mist, waren da nicht drei? Und da liegt jetzt... Ah, hier. Sehr gut. So, da haben wir vier. Dann geht das hier noch weiter. Da ist noch einer. Und da oben noch. Eins, zwei, drei. Dann... Hier nochmal durch. Ich glaube, da wo die Türen offen sind, da war ich ja schon mal drin. Da muss ich ja nicht unbedingt nochmal rein. Eins, zwei, drei. Boah, Alter. Wie viele Dinger sind denn hier noch? Ich finde die doch gar nicht alle. Aha. Okay, war nur Erde drin. Äh. Da ist nichts. So, wieder zu. Ander ersetzt sie durch Steine. Okay. Habe ich gemacht. Oh, da war noch einer drin. Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Hier oben, ne? Ja, genau. Zack. Ja, mit einem kann ich nicht viel anfangen. Äh, waren, waren denn hier noch mehr irgendwo? Wo finde ich denn den Rest? Oh, oh, da darf ich nicht her. Oh, fuck. Verdammt, ich bin so weit gegangen. Mist, da muss ich nochmal nach oben fliegen. Ich war zu, schon zu weit. Da war die Mine. Da ist das Haus. Ich raste nochmal eben zurück. Ich glaube, das war ein entscheidender Fehler jetzt gerade. Voll fail so. Aber gut. Von innen sieht man nicht unbedingt, dass es, ähm, so eine Flat World ist. Ah doch, wenn man aus den Fenstern guckt. Okay. Survival Mode. Das hätte zu sein müssen. Das war falsch. Boah, krass, wo die mal versteckt sind. Aber hier sind so viele, die einfach noch fehlen. Oder die sind wirklich jetzt alle noch in der Decke? Oder muss ich den auch noch nehmen hier? Glaub nicht, oder? Oh, hier ist ja auch noch was drin. Flupp. Ersetze sie durch Steine. Doch, ich gehe davon aus, dass die da mit zu zählen. Warte mal. Jetzt nochmal, jetzt zeige ich nochmal drei. Eins, zwei, drei. Geil. Da bist du ja. Hat aber auch, hat aber auch gedauert. Los in die Kabine. Ich sage Bescheid, wenn sie fertig ist. Ah, das hat Mikro. Bäm. What's good. Fertig. Wo ist die Platte? Wo ist die Platte? Wo ist die Platte? Da ist meine Platte. Okay, ich denke, jetzt kann ich da rüber. Hier fehlt noch ein... Aha. MCD First Gangster Album. Ab geht's. Oh, das sieht ja sogar nach Kampf aus. Ah, okay. Die CD muss jetzt noch verkauft werden. Das klappt am besten mit einem Konzert. Geh in die Zentrale und dreh ihnen die CD an. Du musst aber gegen Mitglieder der Band Zombie ankommen. Und auch gegen ihre Sänger Piggy. Oh, oh. Bett? Schwierig jetzt gerade auf einfach. Hier wird betätigen. Schlafen. Warte mal. Ich denke mal nachts machen. So? So? Gut, der ist wieder hell. Wow. Alter. Am Arsch. Boah. Krass, da wären aber viele. Oh, ich glaube, es hätte nachts sein sollen, oder? Haha, alle weg. Ah, sehr gut. Den Song einwerfen. Guter Song, den nehmen wir ab auf die Bühne mit dir. Ah, cool, noch ne Hose. Bam. Hinter dir? Ach so, habe ich ja schon. Zumachen. Ja, krass. Das war es schon mit der Map. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke fürs Spielen. Port Vega. Oder Port Vaga. Also die Map, muss ich sagen, war schon sehr einfallsreich. Auch mit dieser Geschichte. Mit... MCD, hiphop Patown und sowas. Es war schon gut gemacht. Ansonsten schickt mir eure Maps mit Feed The Beast, wie ihr wollt. Ohne. Ganz egal. Bewertet die Map. Und ansonsten, bis im nächsten Game. Tschöö.